Alter, ich leg's jetzt mal an. Ich leg's echt an, man. Oh, mein Puls. Weißt du, wie der steigt einfach? Alter, weißt du, wie mein Puls steigt? Nico, lebst du noch? Nein. Alter. Oh, das wär'n schöner Anfangspot, man. Alter, ich kack mir fast ein, man. Oh, fuck. Hi, Lukas. 900 Dollar. Are you sure you want to confirm the deposit? The deposit? Mein Herz, man. Ich geh direkt in den rein, oder? Es ist kurz ein Q. Ich komm instant rein. Okay, ich geh rein, ich bin rein. Oh, komm, nehm ich rein, Alter, nehm ich rein, ohne Witz, Mann. Ja, Mann. Oh, ho, 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 ho. Da ist die Knei. Die Knei. Alter. Ey, ich schwör, wir verlieren die Instant. Wir verlieren die Instant, Mann. Ihr gewinnt, ihr gewinnt, ihr gewinnt. Oh, Mann. Alter, 60 Prozent, mein Herz. Alter, ich krieg eine Herzattacke. Ich krieg eine Herzattacke. Oh, Mann. Warte, ich muss so ein Kleeblatt reinlegen, Alter. Ich seh nicht. Wir verlieren. Oh, ja. Easy. Fuuuck. Easy 600 Win. Oh, oh. Fuuuck. Oh, mein Herz. Oh. Da hast du sogar schon jetzt ein Zweidrittel deiner Neid rausgeheulassen. Oder eurer Neid. Sorry. Ja, Uwe. Knei. Alter, ich hab grad die Knei reingelegt, Alter. 500 plus gemacht. Uwe. Und ich bin schier gestorben, einfach. Oh. Und jetzt guck dir mal die Werbung im Chat an. Hahaha. Jetzt wird mir auch Farben, Uwe übertrieben. Hahaha. Ja, das war halt die ganze Zeit angenehm. Kannst für dich aufbewahren. Hahaha. Uwe, ich hab das übrigens genau gesehen. Was? Confirm. Hahaha. Oh, Mann. Alter, weißt du, was in meinem Herz abgeht, Alter? Ja, ich seh dein Gesicht. Hahaha. Ich seh, wie du durch dein Gesicht fährst. Alter. Sehr erotisch übrigens. Ich seh, du siehst auch, wie ich hier kurz vor dem Herzinfarkt bin. Hahaha. Alter. Die Zahl ist abartig. Ey, das ist ultra krank, Mann. Seid ihr aufgeregt? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein. Voll ruhig, gell? So richtig ruhig gibst du lieber, Alter. Niemand redet was. Alter, Falter, Mann. Ey, ich zitter so krass, Mann. Feast Games, er hat's schon einmal gesetzt. Uwe hat's schon einmal reingesetzt und hat plus 600 gemacht. Ich bin rein. Echt? Ja, Mann. Schlange 6. Könnte übel werden, Alter. Aber lass. Doch, ich bin rein, Mann. Wir können nichts... Alter, wir kommen nicht rein, Alter. Ich hab schon gedacht, der Einzige... Wichtig ist unser Pass, glaub ich jetzt. Ja, Mann. Komm, wir sind rein, Alter. Wir müssen denn rein, Mann. Boah, das wird eng. Das wird eng. Alter, Alter, Alter. Der wird riesig. Der wird riesig. Das wird ganz, ganz eng, Uwe. Es wird ganz eng. Alter, nimm ich rein. Der nimmt sich nicht rein. Cancel, 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 wenn du kannst. Nein, geht nicht, Mann. Egal, Alter, wir lassen uns jetzt drauf ankommen. Oh, Mann. Ich geh jetzt einfach auf K, okay? Alter. Uwe, Slowpodge. Wo bist du? Weiß nicht, Alter. Guck mal, das war Schlange 50.000, oder was? Oh, shit. Jetzt geht doch kein Mensch mehr rein, Alter. Oder alle mit Fat Knife, oder so. Ja, Mann, Alter, das wird mies. Ja, okay. Alter, die haben nur noch Scheiß-Ringer und das, Alter. Oh, shit. Oh, shit, die zweite... Oh, Gott. Nein. 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 Oh, shit. Oh, shit. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Kleeblatt. Wir brauchen das Kleeblatt. Wir brauchen das Kleeblatt. Alter, wir brauchen das Kleeblatt. Alter. Der wollte so, Alter, der wollte so, Mann. Oh, fucking shit, Uwe. Alter, Knight gegen Knight jetzt. Das ist der Countdown, Alter. Ja. 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 ich war ein leichter an 900 plus AHHHHH AHHHHH Uwe Rede mit mir Uwe Der mit der Nightcam rein, ihr habt zwei Nights AHHHHH Fuck Alter mein Herz SHIT AHHHHH Alter okay alter AHHHHH 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 Fuck AHHHHH SHIT MAN AHHHHH Ich schreibe so lieb Uwe Alter ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Nein guck mal wie ich gesagt hab Uwe Night gegen Night Alter man hey Uwe Uwe Night Man muss wirklich sagen der Typ hat richtig Eier gezeigt Ehrlich jetzt Alter ich muss erstmal GG in den Chat schreiben wie hieß der nochmal alter Ehm Was jetzt sagt ihr Klibo 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 Ihr glaub doch jetzt nicht im Ernst dass der noch da ist Der hat ja wahrscheinlich gerade mal geragequitted Also seinen ganzen Rechner Alter Uwe 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 Alter ohne Witz man Mein scheiß Herz man Mein scheiß Herz Alter ich lieb dich auch man Das geht nicht Du kannst mit Souveniers kein Rater machen Uwe Alter 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 man Was das Witzige Alter ich weiß es nicht Alter Der Typ hat selber noch voll die kranken Sachen da drin halt nur keine Heidel mehr Ja Jungs ihr könnt mir sagen was ihr wollt ne Das war GG Jungs Ehrlich jetzt Easy GG Fuck Uwe schieb einen Light weg Kannst du mir rüberschicken Alter Mein Herz man Dann schicke ich dann Dann schicke ich alles zu einem Ich schicke es Ja mir egal Schicke sie weg Schicke sie einfach weg Ja wohin zu wem Ich muss erst mal kriegen den offer dauert noch Ganz mehr Mentefekt Schicke ich gamble Ich schicke auch dir ein Mikro mal die anderen beiden Starman Oh man Ey und ich wette mit dir Zwei Nights drin Zwei Nights drin Easy Allein die 1800 Dollar Alter Uwe Aber sonst kam nur Scheiße rein gell Ja man Ja man Egal Alter Voll egal Alter Alter Uwe du musst dir jetzt vorstellen das was wir die ganze Zeit geplant haben Ja man Hat sich einfach verdorfen Ja man Alter Genau